So, jetzt müssen wir hier mal gerade, das sieht ja komplett furchtbar aus. Ich weiß nicht, wer das gebaut hat. Oh, nicht verbunden. Kein Strom mehr. Ganz schlechte Nummer. Wieso kein Strom mehr? Ihr habt doch keinen Mast abgebaut. Seid ihr behindert? Hat denn der Weg damit zu tun? Versteh ich nicht. Wenn ich das jetzt abbaue, ist der Strom weg. Wä? Versteh ich nicht, ist mir egal. Äh, zack. So. Macht ja gar keinen Sinn. Irgendwo muss der Strom ja auch lang laufen. Äh, scheuert. Ich glaube, ich habe ein viel zu großes Gehege für die gebaut. Kann das? Hä? Jetzt hat mir nicht schon wieder Futter leer. Jetzt ist schon wieder Futter leer. Ranger-Team. Auffüllen. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Vielen Dank. So. Wieder was ausgebrütet. Ich mit. Ich auch mit. Wann entdecke ich denn mal die ganzen anderen Viecher? Oh, ich bin freigelassen. Oh, das wollte ich nicht. Das sind so widerliche Viecher. Wenn die sich so aufplustern. Richtig geil. Aber auch widerlich. Dieser Dino, der Dilophosaurus, hatte kein nach vorne gerichtetes Augenpaar wie fast alle Fleischfresser. Stattdessen verließ er sich bei der Jagd auf seine Brust. Okay, das heißt, irgendwer wird jetzt verrecken von mir. So wie die meisten heutigen Fleischfresser. Aha. Das war auch nicht Jay. Sehr gut. Warum machen die das denn immer danach? Ich verstehe das nicht. Einmal abtransportieren, bitte. Richtig dumm. Muss ich ja wieder einen nachzüchten. Macht aber nichts, weil so langsam habe ich die komplett erkannt und kann die auch komplett modifizieren, wie ich Bock habe. Ist schon drauf, ne? Geil. Ausprüfen. Und ich brauche kurz wieder... Essen. Das wäre nicht schwarz, aber schnell. Selber schießen. Ne, das war mir jetzt zu hektisch. Huch. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben es schon geahnt. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Prüfe... Vorder... Hä? Prüfen Sie erfolgreich ein Dino aus? Das mache ich die ganze Zeit doch schon. Muss ich nicht verstehen. Ich habe kein Ding gestartet. Kann das? Gibt es hier irgendwas, was noch nicht teilweise erschöpft ist? Neue Fossilien entdeckt? Nämlich... Wo neu dran steht, ist auch neu drin. So. Der kam raus. Ja, ich bin halt super. Ich hoffe, der verträgt sich... Ach. Der fliegt aber Arsch langsam. Muss ich nicht verstehen. So, ihr fühlt euch alle... Oh, guck mal. Ja, hallo. Oh, das ist Jay. Ich habe Jay gefunden. Sie unterhalten sich. Süß. So, ihr lieben Velociraptoren, ihr kriegt Besuch. Der fliegt unfassbar langsam. Johnny. Johnny. Ja, sorry. Den Insider hatte ich heute noch nicht auf dem Schirm. Aber da war ja was. Jetzt, wo ihr mich dran erinnert, da war ja was. Der Johnny. Der gute Alte. Oh, sie warten schon. Dillo wird sterben. Ernsthaft? Ach, als ob. Die muss man doch irgendwie zusammensetzen können, oder nicht? Streift umher. Noch nicht in Panik. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ein Dinosaurier-Kampf. Oh nein, das heißt mein... Oh nein. Lol, der hat mir angerutzt. Oh. Oh. LOL Nidillo ist eine richtige Bitch Alles klar Frage ist Ich brauche ein eigenes Gehege für diese Dillo Viecher Das ist ja blöd Und was vertragen die sich denn? Immerhin einmal Nahrung Raptor das gewissenlose Schweine Krass Ich dachte nicht, dass das so hart eskaliert Aber So kann man sich täuschen Extrahieren Extrahieren Kurz gucken, was wir hier noch brauchen Einfach das Gehege teilen Ist auch ne Idee Aber das ist so klein Oder? Wenn du bei den Dino Bedürfnissen oben aufs i klickst Ja Ah, ok Tolerieren nicht allzu viele Dinos Ok Klingt nach Keine Chance Ich überlege gerade Wie zufrieden sind die denn? Ne, ich will den jetzt Die benötigen theoretisch Weniger Wald sogar noch Wie viele wollen die? Ja, ist ok Ne, ich lass den das so Aber ich könnte sogar noch einen reinsetzen Im Zweifel Ähm Ihr habt Zu wenig Wasser Der labert Wen kann man denn da noch reinsetzen? Und gemeinsam mit einer mittelgroßen Anzahl Dinosaurier anderer Spezies Da steht aber nie genau Welche Dinos da reinpassen Das finde ich halt ein bisschen ungünstig Ich nehme mal das hier mit Dann baue ich den einfach noch Ein kleines Gehege Steht da denn auch bei Ähm Da Ausprobieren Ja, eben Das habe ich bis jetzt auch immer gemacht Vielleicht mal gucken Ich brauche hier ein eigenes Gehege Dann passt das schon Nehmen wir mit Nehmen wir mit Nehmen wir nicht mit Haben wir noch irgendwo irgendwas? Ich glaube, jetzt habe ich sie alle abgehakt, ne? Na, sieht so aus Oder ist hier noch irgendwo? Nö Hm Baue ich dir noch ein Gehege Ich wollte überlegen, ob ich das hier hinbaue Wie groß ist die Karte? Ach, hier ist eh Ende, ne? Das wäre ja voll die Verschwendung Dann noch was hinzusetzen Oh Gott, ob ich noch genug Platz habe Um irgend so ein kleines Gehege hinzupflanzen Ich glaube hier Ich mache mal die Bäume weg Ich brauche mal gerade Übersicht Außerdem kann man dann von hier noch vielleicht ins Gehege gucken Ähm Machen wir doch mal so Dann können wir da theoretisch schon mal irgendwas hinbauen Welche Futterstation fehlt denn jetzt schon wieder? Ich bin irgendwann noch mit Futterstationen beschäftigt Welche ist denn leer? Da oben Natürlich die am Ende der ganzen Welt Ähm Ähm, 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 ähm So Wie viel Platz habe ich? Hier Dann bauen wir einen Zaun Möchte nur gucken, wie ich den baue Ich will ja auch noch Ne, ne Aussichtsplattform haben Keine Ahnung ob das so passt Eventuell ist es auch viel zu klein Aber das schauen wir mal Negedile Dankeschön für deinen Follow Könnte knapp werden Befürchte ich Mal gerade einen Überblick verschaffen Wie viel Platz ich jetzt hier habe Ich bin skeptisch Okay, ich habe keinen Strom Wer hat keinen Strom? Warum habt ihr keinen Strom? Muss ich jetzt noch ein Ähm, noch ein Noch ein Kraftwerk bauen Oder Bei ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung Nur eine Frage der Zeit Kann ich Die kann doch irgendwo auch Genau Sonst baue ich da halt irgendwo noch ein Kraftwerk hin Das mit den Komischen Kraftwerken Habe ich eh noch nicht verstanden Ich muss die irgendwie Ein Umspannwerk Transformiert Strom Für die Grenze Und das Gebäude In der Nähe Oder kommt da einfach nur Kein Strom hin Gerade Doch hier ist ja Strom Ich brauche noch Elf Strom Das heißt Ich brauche ein Kraftwerk Wo auch immer ich jetzt noch Platz für ein Kraftwerk finde Kannst Updates Ja, aber ich habe keine Updates Hier Das ist irgendeine Forschung erforderlich Aber ich weiß nicht, welche Wahrscheinlich Huch An dem bin ich ja gerade dran Quasi, glaube ich Irgendwer ist krank Warum bist du krank? Viel Spaß im Dreck Krank Erkältung Boah, ist ja schlimmer als Männer hier Kann man nicht mit einer Erkältung schon Um ausrasten Anfrage bestätigt Kommt auf die Liste Was haben wir hier noch? Weg mit dir Ich will dich alle Punkte durch Ich kann am Kraftwerk forschen Was? Wo denn? Da steht Forschung erforderlich Ich kann da nichts forschen Erklären Sie mir wie Dann bin ich zufrieden Huch Fädelmox Wow Ist das so bescheuert? Nein, für das Kraftwerk Ich war doch im Kraftwerk Bitte erkläre es mir Wie ein Vollidiot Was? Das ist doch das Kraftwerk Ich bin schon dabei Alles gut Okay Ich sag das mal so frei heraus Wir beide sind ein bärenstarkes Team Total Richtig begeistert Vor allem, dass ich keinen Strom mehr habe Bin ich sehr begeistert von Ich hätte jetzt gerne diesen komischen Neue Dinos Den da hätte ich jetzt gerne Und zwar zwei Stück Ich bin seit 버�uch Und zwar zwei Stück Vielen Dank.